Geld. Geld hat dicke Kinder. Das ist die neue Map? Nein. Das ist die allererste Map. Die allererste ist auch schön. Alle Maps sind gut. Also es gibt eigentlich gar nicht die Scheiße. Bis jetzt. Ihr seid im Grafikabdehn, ist alles schön. Ja hoffentlich bin ich jetzt nicht im Wasser gleich. Wir werden durch die Welt fallen. Ach du warst da dabei. Ja ja. Ey die haben es bestimmt gefixt. Hey ich bin im Wasser, hallo. Hallo. Das war doch Dominik oder? Nein. Jasen ist durchgeflogen. Ja das wäre ich. Was war das? Das habe ich aufgenommen. Ich habe irgendwas mit der Entwickler reingeschrieben. Bitte fixen. Ihr müsst mir trotzdem ganz kurz nochmal helfen. Wollhalten danke. Mit Schattierung oder wie heißt das muss ich weg machen ne? Ja mit Anna Klux und Anna Bucke. Wie heißt das? Ja mit Vishenissikim und Ibnissikim. Kennst du Shifting? Das hast du Shifting? Kennst du die Shifting? Shifting ist die Kim. Oh das Bucke. Kennst du diese? Kennst du? Kennst du? Kennst du? Kennst du? Kennst du? Schau mal los. Ihr wisst ja was zu tun. Alles gut. Ich loot einfach looten. Wir looten jetzt erstmal. Ja ich habe nur Messer. Also einer von euch hat Sniper oder andere Pistole. Weil ich brauche keine Waffe. Spaß. Ich fick den mit dem Messer an. Was für eine Waffe. Seine Mutter fick ich auch. Wildschirm auflösen muss ich ihn. Wie die Behinderten. Wirklich. Das erinnert mich an irgendein Song. Achso. Ja 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 Alien. Zombie. Ich hab den Song grad voll richtig im Kopf gehabt. Bildlich. Oh. 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 Das war so witzig Digga bei Alien. Der Kleine tut so seinen Mund aufmachen. Oh. Oh. Ja. Das war so witzig. Ja. Oh. Oh. Geil. Was machst du hier? Ich weiß nicht was ich mach. Hä? Nehm du die Pistole. Nehm du die Pistole. Nehm. Lute Nisikim. Nehm die Pistole. Nehm die Pistole. Muss ich essen? Ne ne. Ne. Hast du Medikit eine? Gebe ich dir eins. Vergesst die Tablets. Vergesst die Tablets nicht. Ich hab eins genommen. Die Laptops. Hast du Medikit? Medikit. Welche Pistole? Hast du die Pistole? Medikit. Dann brauchst du Munition 9mm. Dann hab ich. Minitien. Aber wie kann ich die anziehen? Was? Die Waffe? Hä? 1, 2, 3 klicken und so. Nehm Tablet mit hier. Oh. Eins ist leer. Zwei Pistole. Und drei ist ein Messer. Wir können ja zusammen gehen. Komm wir gehen zusammen. Damit du mir entblasen kannst am Ende des Tages. Ah. Wer? An der Gluckus. Kuckst du dich einmal bitte? An der Buchsen? Geht nicht? Warum guckst du meinen Pipi gerade so peanut an? Gut. Weiter. Schmeckt? Dann sag ich mal. Und dann sag ich mal. Lauf irgendwohin. Ich folg dir. Komm. Warte mal, Taschenlampe. Wie mach ich nochmal. Warte mal. Die waren das nochmal. 11. 11. Ich will auch einen. Nein! 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 Irgendwo hin wo Stadt ist. Damit die looten können. Hinter die... hinter die... Neeee... Neeee... Wenn du Munition hast für mich, gib mir ein Sniper, guck mal, R700, guck mal, I, R700, 9 Millimeter hast du, okay, kein R700 Ne, Looten, der kommt nicht, erst mal, Empty, I, BAM to Maiko, alles nehmen, was hier steht, Dicke, I, BAM to Maiko, das ist mein Club Das ist alles, auch unterm Sofa oder unterm Bettmann schon mal diese Wechsel, hier, guck mal, wie bück ich mich jetzt nochmal, bin ich behindert, ah, hier ist Hier auch gucken 5,6 Millimeter, 5,6 Geh weiter Gehen wir wieder zurück, oder je lang G17, G17 Das ist Dommel Ich glaube, der hat hier schon alles G17, 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 G ich finde hier gar nicht der hat mein spiel auf der stellen war ein bisschen leise Nee. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Gauke Nisikim Gauke Nisikim Nee Ah, hier ist das Ding zu wiederbeleben Ah, lange nicht gesehen das Ding Kann man Kamari ablegen oder wie machen wir das? Das wird jetzt auf der Karte doch angezeigt, Bro Kann man die Dinger schon ablegen oder was? Ja, ja Ah, ist ja cool Ja, kleine Zicke Gauke Nisikim Gauke Nisikim Gauke Nisikim Gauke Nisikim Gauke Nisikim Gauke Nisikim Warum nicht? Wann kommt der doch? Bikini von Musik ihm Ja, aber nur, ey, der kommt nur in der Nacht Bikini von Musik ihm Am Tag findest du ihn nur random Und der haut da eh ab Meistens, ja Meistens, also er kann dich auch angreifen, klar, aber Wir brauchen einen Code Du siehst so aus Findest auch random Ja Was? Ja, beeil dich, dass wir das noch machen können Ja, dann mach Oh, Bruno, zieht los Mal hasern Das war ein Bär Ich hör alles zehnfach Mann, das fuckt mich ab mit meinem Piercing, ey Ich musste das untere Teil von meinem Industrial raus machen Von meinem Ohr Oh Weil das anfängt rauszuwachsen Die haben das zu weit am Rand gestochen Super haben die gemacht Jetzt hab ich's lieber raus gemacht, dass es ordentlich zu heilt Und dann können sie mir das nochmal durchstechen Durchstechen Oder am liebsten gar nicht Bestes Stecherei Geht ihr schon mal weiter, ich muss nochmal zurück Ja, die suchen wir Oh, 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 oh Das ist nicht Big Food Das ist nicht Big Food Das ist ja auch ein Schisser, wie es im Buch steht Buch Bundesbuch der Rekorde Ah Bundesbuch der Rekorde, Digga Bundesbuch der Rekorde Ah Und Digga Das europäische Kindes Buch, Alter und Digga Barzine Sikkim, Alter Was hab ich gemacht Dynamite Dynamite Schlechte Illender Schlechte doch, kennst du das? ja, ja, kennst du? kennst du? meinst du? ich bin drittisch erschrocken, ey neue Stadt, neue Stadt, Tom sie beschwört den innern Dämon lalai 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 ich krieg mein Kind noch ja, das glaub ich dir sogar auch rausgeschissen rausgebollert, Alter oh ja, da haben wir ja, warum guckst du so nach links und drehst tatsächlich Schokolade in meiner Taschenahme bist du in Schuss als Antwort, Alter ja ja oh, es wird Nacht oh nein ich hab ihn gehört echt hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man ihn gehört hat echt dachte, Bigfoot piepst immer oh er macht Huf er ist bei mir er ist bei mir ja, super er ist halt einfach bei mir der Peach und räum dein Zeug mal aus ja er rennt weg er rennt zu dem Weg rettetek ich hab ihn schon gut eingeschenkt, Alter ohohohoho eingeschenkt alles easy, der ist wieder weg mach Licht aus, Noah, ich ruf dich gleich, wenn ich fertig bin lass den Zettel hier hier drin ist ne Gasflasche, wer noch keine hat was ist denn das, für was brauche ich das ganz auf dem Boden stellen daneben steht, der explodiert oh oh, ich glaube die haben den Shotgun gebufft, Alter der hat übelst kassiert ich hab schon gemerkt, ich hab gemerkt, ja das war, ich denke auch, dass sie das gemacht haben da, hinten rechts, da ist die Gasflasche da ist tja, Alter wo mach ich die Kameras denn eigentlich? wo mach ich die Kameras denn eigentlich? am besten das sind Spots halt, ne sowas nennt sich auch Botinisikim aber man hat halt so wenig Schuss von da ja vor allem der ist da auf einmal, Digga hey ah, da ist der Huren hinterher den Hurensohn ich hab ihn markiert oh ja 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 Munitionmangel sein Vater, Digga ja, jetzt einmal ja, jetzt einmal jalla er ist er ist Markierer, das ist easy der verroder Punkt da jetzt quasi, ne ja und wie lange hält diese Markierung? ich glaube 1-2 Minuten wir müssen nämlich nicht hinterher ja, alles gut wir wir sehen dann einfach, wenn er wiederkommt ja das ist der Papa sei Shisha Karton auf gar keinen Fall auf gar keinen Fall nicht durchstellen gar nix damit machen din 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 oh what the fuck is das denn? ich will äh, Foto machen dann äh, wie mach ich Foto nochmal ich hab was Todes gefunden ich hab dein Foto bereit gleich ah leider nur einen so was mir ist ja auch Foto ab rein, wir ohne Ziki ich hab' ich hab' ich hab' ich versteh's nicht ja wo der ist, der ist am anderen der ist ganz rechts an der Map der Chill kommt der Chill kommt runter, er kommt wieder Richtung uns der Chill komplett seine Base, oder? ne, der kommt zu uns dann Zika, was kommt ist deine Mo- doch, schau mal der läuft in unsere Richtung es läuft ein bisschen runter ja, jetzt kommt er genial er hat keine Ausdauer mehr ja jetzt geht er wieder hoch ich wusste sowieso, Lu, das bringt nichts der kommt auf uns zu direkt ja, vor uns er will uns bei Domme jetzt warte, komm her ah ok scheiße Digga, er schreit, er rennt weg er kassiert grad hart er kassiert grad hart ne, wir müssen looten, das ist scheiße unnötig, dem hinterher zu rennen ich wollte eigentlich, dass er an meine Bärenfalle rein rennt aber er hat er nicht hast du nur einen Bilibita für mich? oder die, Melissa? hey, hey, hat er den Punkt weg gemacht? ja, irgendwann verliert er das Ding hast du Kugel-Pistole ach so, ich dachte du hast noch eine hingeschossen hast du Pistole-Munition? irgendwas oder G- ich? oder R-800 ich kann dir, äh, was machen oder Gauk oder G-17 Pistole hab ich 5 ja du benutzt Sniper lieber hast du keine Sniper-Muni mehr? ich benutze keine Sniper ich hab doch gegeben du verstrichst einfach direkt alles ich hab ihr alle meine Munition gegeben, als Sniper ich hab dir mal Dings äh warte, wo ist Pistole was ich noch abdrücken kann oder Gauk hab ich auch willst du meine Pistole noch haben? hab ich doch schon, es bringt nichts Pistole-Liebe äh mü America partei ba sch know Da, Schatzes Gauk. Hast du genommen? Wo? Nein. Die war hier auf dem Holz gelegen. Da ist eine Leiche. Da ist hier, Foto. Na endlich mal eine Frau da, erstmal Muschi reinschießen. Oh, das ist die Monika, die einen Zettel geschrieben hat. Die Arme. Weißt du das? Ich hab den gelesen hab am ersten Feuer. Die hat ihren Mann oder Freund gesucht. Die haben ja Reise gemacht hier. Reise Nisikin. Der hat die Fallen gemacht. Bigfoot. Achso, okay. Er kann Fallen machen. Fallen, Legger. Was soll ich sagen, ja? Was soll ich sagen, Bruder? Ja, was soll ich sagen, Bruder, ja? Was soll ich sagen, Bruder? Ja, was soll ich sagen, Bruder? Ach. Guck mal, ein paar Minzgläber hier verballern. Alter, ich hab viel zu viel da. Hier liegt eine Signalpistole. Zum Stun. Soll ich den mitnehmen? Soll ich den mitnehmen? Ja, dann kann ich... Dann würde ich meine Pistole wegmachen. Nein, du kannst beides. Du kannst beide benutzen. Achso. Das Signal ist ja nur, du schießt, damit er gestunt ist. Wo ist die dann? Äh, außerhalb vom Haus, auf so einer Kiste. Okay, hier ist ein grüner Tresor. Leider kein grüner Code. Aber welche Nummer ist denn dann jetzt meine Signalpistole? Ah, okay, verstehe. 2, Q, drück Q. Ja. Ich muss dann drehen mit Rad. Drück mal Q. Hab schon, hab schon. Atenu-Mot. Tage näher könnte ich wieder verteilen Oh Der Wichs hat wieder Leben aufgebaut Ähm, hat jemand was für mich, wo ich mich heilen kann? Medikit Auswählen und dann rechte Maustaste Ne, H glaub ich, H Oder? Ich hab gar keine Medikit Q oder H einzuweilen Du hast keinen Medikit Q, Q Dann sagst du nix Hab ich doch gerade Hä? Ich hab einen nur, ich hab auch nur einen Oh Mann Ersten, komm mal her Komm her Komm her Komm her Warte Gibst du hier dann auch, gibst du hier dann zwei Stück? Ja Ja Gib mir mal zwei Stück Du Sieg Eins reicht für volles Leben? Ne, aber ich würd so lassen Ne, halt 40 oder 50 sein Halt das einfach Ich würd, ich würd erst ab Hälfte heilen, wenn man Hälfte ist Ja, okay Pfff Wir brauchen, wir müssen wieder so ne Höhle finden lassen und dann ficken wir den Ja das wär nicht schlecht Wie ist denn in? Hier könnte vielleicht seine Höhle sein, nein in Nicht seine, diese große, kannst du dich erinnern mit diesen Brücken und so Ja das weiß ich, aber hier könnte auch vielleicht seine Höhle sein weißt? bei mir ist ein treibstoffkanister ich habe leider schon einen ich habe auch einen muss ja aus dem herkommen siehst du ja auf der karte da wo das zelt symbol ist da hoch da ist eine höhle da wo ich hin renne das ist das glaube ich die hülle wo wegen bekämpft haben das ist am ende da treffen fertig wir haben ihn nur noch unten zum suchen dann haben wir ja das eigentlich hier ist nämlich perfekt da weiß ich noch da wollte da wollte er mal abhauen habe ich hier wieder zurück gedrängt der treibstoff noch einmal totgeschossen oder was wir werden mit zusammentun geschossen also wir haben ihn glaube ich fast tot gehabt der ist dann noch einmal weggerannt willkommen ne noch nicht schaut unten noch ich sag schon unten noch die rennen nach oben doch ihr rennt nach oben aber ich dachte jassen bleibt unten dass sie uns bis lauft ihr sollt nach unten ist das einzige was man noch suchen muss sobald es dämmert hochkommen wieder oh baby Die M4 Junge Mit 210 Schuss Ey jetzt knallts Ey wer weg Komm doch her Der ist weg Ein Bär Aber will es mit Bigfoot an Bigfoot auf Ne Boah wovorst Kein dunkel oder Jetzt Öl ist er noch Boah wovorst Brauchen wir noch Totem? Ja ne kann man mitnehmen Ja Will ich überhaupt sterben Collected 24 von 500 Kann hier länger sprinten oder kommt mir das davor? Ja Jetzt wird es dunkel Ja ich bin in der Höhle Kommt her Oh Gott Hallo du bist am Arsch der Wild Ja geil Ja wird gesagt Oh mein Gott wie komm ich da runter Äh egal Ich bin jetzt in der Höhle Ah Kamera? Äh Mitte Ja so bist du Komm Ich hab dich denn gelootet Ich hab aber nichts gefunden Warte wir machen Letzten ist es Dings Ah Yassin ist halt nicht hier Vielleicht Vielleicht Ich will auch so ein Ding Hallo Geh mal weg Alter Pfff 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 Was denn kommst du im Held? Pfff Und der Terraroll? Jetzt bei mir warte Warum gehst du weg? Ja, weil er bei ihm ist Ja, der wird aber wieder weggehen, safe Der hat nur zwei Hits gegeben und der ist weg Das ist behindert, der Typ Hat sich erledigt, alles gut Geht zurück und dann treffen wir uns da und dann fügen wir den Was? Du läufst hoch Hier hin? Unten, wo der Bogen ist, da musst du hin Hier Hier, ja, hier ist die Höhle Warte, warte mal Hier? Kann man irgendwo rein, ne? Ja, du bist noch oben drauf Da, da, da Hier ist das, ja Ja, ja, perfekt Jetzt könnte ich provozieren, eigentlich Die Höhle Sprecher Ich hab schon einen hingestellt Halbstoff Jeremia Am besten wäre es wie letztes Mal, dass er versucht, wenn er herkommt, dass er wieder dann versucht runter zu rennen und ich ihn dann immer wieder bei der Brücke mit Sachen zurückgedrängt habe. Hast du GPS? Ja, zwei Stück. Dann ist er ok, er hat schon viel Leben wieder. Hast du Gauckmoni noch, zufälligerweise oder Pistole? Zum Aufteilen? Ja. Hast du die MP? MP? Warte aber, ich gebe dir. Nein, nur zum Stun. M4, ne? Ja. Hier. Ich habe dir mal die ganze Shotgun Munition gegeben. Und ähm, Fleisch, bringt das Fleisch? Keine Ahnung. Nur für Dings, für die Falle. Ah. Wo ist der Typ? Jetzt hast du deine Munition weggeballert. Pfff. 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 Also du wartest, bis er aufhört zu brennen und dann mit Pistole, ne? Theoretisch, ja. Okay, ich weiß es nicht, weil ihr habt das letzte Mal ja nicht mit mir... ...gespielt. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. Es ist so dunkel dahinten, man sieht nichts. Geht's hier überhaupt runter? Ja, hier geht's wieder runter rechts. Ja, wie letztes Mal. Und der ist da immer runter. Dann ist er wieder hoch, wieder runter. Dann wüsste ich, was er machen soll, ja. Und wenn er hierher gekommen ist, hab ich ihm die Falle hingedickt. Vielleicht haben die das ja besser jetzt hinbekommen, dass er das nicht macht, wer weiß. Ich glaube. Ich hab wieder 385 Schuss. Nee, 285. Ja. Der Hals ist der Wichser. Ja. Kann doch mal herkommen jetzt. Mach mal das da. FUV, mach mal bisschen höher. Und dann anwenden. Siehst du mehr. Besser? Oh ja. Kann doch noch höher machen, aber... Wir haben ne bessere Idee. Ich warte hier. Weiter vorne. Da ist er, da ist er. Er kommt. mehr du Pitch komm her zurück 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 die Pistole hat ne gute Reichweite aber ne zurück 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 weiter 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 jetzt wartet 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 Feuer 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 ne du bleibst hier GPS gleich nochmal wenn er nicht aufhört ne warte warte wie schnell haut der ab Digga ne ich kann den nicht treffen Digga der ist so schnell wir warten halt wieder hier ist mir egal aber der wird's wieder auffüllen ja leider stell mal ne beste Kamera hier vor dann weiß man schon vorher wenn er kommt stell mal ne Kamera hin ja ja off ja na booty na booty tra reads 1,6,2,8, habe ich einen Code gefunden. Weiß ich, habe ich schon benutzt. Hallo Dominik. Das ist Amiable. Amiable, hallo. Wie geht es euch? Erzählt mal. Ja, ich bin müde. Aber ich glaube, ich glaube deswegen ist mein Humor so am Angst, Alter. Ich weiß euch. Was willst du? Ich will zehn Kinder. Verpiss dich. Nur mit dir, Baby. Kannst deine Mocken. Hey, der Fah- Hey. Check glaube ich nur Dominik. Hey, wieso ist es so, dass Männer, Männer riechen immer nach Eisberg? Wenn man Wichsen tut, ist es gesünder, Bro. Noch nie. Nein. Weißt du von wem das nochmal ist, Dominik? Nein. Von der Brenn-Schlange. Achso. Genau so aus für mich. Frauen riechen so nach, keine Ahnung nach, Vanille und so ein Scheiß. Und Männer so nach Eisberg, nach Frische, nach Wasser. Oh Mann, ihr seid voll langweilig, Alter. Ihr seid nur am Zocken. Voll nicht. Ja, kostet's deinem Ted-Docs, Schatz, 6,50 Euro. Was ist das? 80 mal 80, die Kissen das nur fürs Sofa brauchen. Ja, Jassen, das heißt, du musst mehr arbeiten, Junge. Noch mehr. Rein in die Futterluke. Boah. Ted-Docs, einfach Mädchenspieler. Ted-Docs ist ein Geschäft. Ne, Mädchenspieler, Ted-Docs. Das ist bei uns so ein Grammisch-Baumarkt. Ne, das ist Mädchenspieler. Lennox. Ted-Docs. 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 Da gibt's doch so eine, ähm, so oft wie DHL-Headex heißt das, ne? Alles klar. Ja. Alles durch. Crack-Sex, ja. Hä? Hm? Ist das jetzt einfach gegangen, oder was? Das fängt doch schon an, oder was? Tja, was ein Down-Ear. Der hat doch gerade noch geredet. Mitten im Reden, hä? Der Typ hat so Down-Syndrom, das ist echt der Wahnsinn. Shit zurück. Das ist wirklich jenseits von gut und böse. Ich glaube, ich muss mal einen Exorzismus an dem machen, Alter. Hä, hä. Hä? 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 Irgendwas hat dü-dü-dü-dü gemacht. Ja guck doch, der ist oben links. Nein, Hilfe. Was, Hilfe? Der ist irgendwo oben links am Asch, der will sich retten. Oh mein Gott, ich bin irgendwie nach oben gezogen worden. Der ist dick. Falle. Wie habt ihr euer Tablet angeschaut? Ja, zapp. So, ich geh mal zurück. Ach, ich geh mal zurück. Ja, ich geh einfach mitten im Reden. Wie kann man so krass... Ich dachte, for real, das war gerade aus Versehen, aber er geht einfach... Nein, der Typ hat einfach krass mit Down-Syndrom. Ich sag's immer wieder, es ist so. Hat einer von euch noch eine Kamera? Nein. Ja, ich. Platzier mal vor die Höhle, damit wir vorher wissen, wenn er kommt. Hast du's nicht gemacht schon? Nee, weil ich mein 3 platziert hab. Ja. Ich sag's immer wieder, das war ja. Ja. Ist das der Downy? Ja, da ist er, der Downy-Dinke. Deine Empfangen. Polnisches Internet, Dinger. Is this the Beat? Is this the Beat? Boah, ey, raus, das Beat halt. Ja, warum? Kannst du die ein bisschen weiter rein in die Höhle machen, dass wir den Blick nach vorne besser haben? Ich tu dich gleich auch in die Höhle. So ist glaube ich nicht schlecht. Vielleicht wirst du dann angeschossen wie ich heute Nacht. Verdammte Speichel, Mann. Ja, so ist perfekt. Also, ich wünsche euch was. So haben wir den kompletten Eingang nämlich drauf, Schatz. Ja. Hä, ich seh gar keinen. Kamera 3. Da ist die Kamera 3. Wie setzt der Ball? Warte mal, hat der eine Kamera zerstört? Ja, hat der, wirklich. Jetzt macht der sich vielleicht lehmvoll und dann kommt der... So hat man links und rechts die Wand vom Eingang und gerade sieht man, wenn er herkommt. Einfach gucken. Genau, einfach gucken. Er kommt. Komm her, Yassin. Komm her, Yassin, komm zurück. Ja, kommt. Ich bin noch hier. Yassin. Ja, zurück. Zurück. Komm, warte. Der Peach. Komm noch zurück, Yassin. Schatz, hier hin. Ich bin gerade durcheinander, weil ich bin runtergefallen. Boah, Yassin rennt natürlich durch die Bärenfalle, ey. Es ist Wahnsinn. Oh nein. Nein. Dann bist du jetzt selber schuld. Komm zurück, zurück. Sorry, ich musste ihn stunnen. Zurück, zurück. Ja, super. Okay. Och, der Stun hat mir mein Leben gerade gerettet, glaube ich. Yassin, du bist so ein Held, ne? Ich geh noch, ich bin noch zurück gegangen. Bruder, du rennst durch die Bärenfalle? Halt dich dann nicht mal und kommst wieder zurück und bist dann gewonshofftet. Hä, wo ist die Yassin? Wo ist denn Leiche? Hä? Wo bist du hin, Schatz? Ey. Ich bin gerade... Da, 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 links. Links? Bisschen links gucken. Dorme, links, 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 links. Links? Hinter dir, hinter dir, ganz hinten ist die Leiche. Hier, hier. Er kommt wieder zurück. Er kommt wieder. Soll ich ihn wieder stunnen? Nein, geh zurück, geh zurück. Hä? Hä? Geh zurück, geh zurück. Ein Kanister macht der jetzt mit der Batterie. Hä? Hä? Ein bisschen verarschen. Geh mit dem ab. Ich denke, er kriegt eine Falle ab und haut ab, ey. Ich krieg einen zu viel. Ich könnte eigentlich den da herbringen und dann links mit der Autobatterie stunnen, Alter. Hä? Ist ja nicht erst in einem Stein. Hä? Na, Baby? Do you bring mich lebend wieder raus? Hier, mein Genick ist gebraucht. Wo kannst du hin? Ich muss tot, du kannst nicht reden. RP. RP. RP oder GAPI? Weiter weg. Nee. Wieso hab ich den schwarzen genommen? Hä? Warum? Da ist ne Falle. Ja, da bin ich reingetreten, vorn. Willst. Kommt der Loot hier irgendwo wieder random zurück oder ist es leer, wenn's leer? Nein. Leer, wenn's leer. Gott. Du, wir haben genug, um ihn zu töten. Alles gut. Ja, schon, aber halt keine Medikits, ne? Doch. Wir müssen GPS nur ranmachen, wenn er weggeht und dann abballern, das war's. Wenn er mal nicht abhauen würde die ganze Zeit. Ja. Schlossblick. Das war's. 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 Ja, kommt zurück wieder her, ne? Jaja. Ist ein wasteful GPS ranmachen in a pernah. Ach, den kriegen wir auch da down. Der rennt immer weg. Wenn er einmal zu uns hinter rennt. Da wo die Batterie dran steht, dann ist er tot. Dann dürfen wir am Anfang vielleicht nicht schießen, oder? Ich schieß ja nicht, wir machen nur eine Falle weiter nach hinten und verstecken, also halt. Nicht verstecken, aber halt bis er da durchläuft. Aber eh eh. Das dauern ja da. Diese Verzögerung auch noch wird weggesteckt Das wird weggesteckt Kurz Krieger gewonnen Superkid Wubabits Wubaclips 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 Oh das wird ich erfunden Neue Wort Neue Chips erfunden Bald im Dings In jedem Handel erhältlich Die Nebenwirkungen sind Ah Wubaclips Ja wenn sie die essen werden machen sie irgendwie ein Ah Von automatisch Dann mutieren sie zum ADU Was? Ich glaube meine Mutter beleidigt Scheiss Ray Red Bull verleiht Red Bull verleiht Red Bull verleiht Amelie Sticken Ey das nervt mich jetzt mit Roblox ne Ja vielleicht ist es ja nachher wieder ein normaler Genre Wo ich gerade vorhin drinnen war war es nicht normal Ja was soll ich sagen du bist ja auch nicht normal Ja geht weiter ich will dann eine Falle entlegen Gesicht sein Gesicht Mal eins Ja dann bitte hör nicht durchlaufen Ja Komm wird schön hier hinten Schatz Und drei Wir haben doch die Kameras Und drei Drei Fallen Hier ist seine Bank kann doch kein Zufall sein Autobatterie kommt hier hin Ich schau mal was hier unten ist Oh Den 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 Kann man dann wohl was Luden Doch Doch Du 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 Boah Du 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 Pfff 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 Hier unten baue ich Dings hin G- Gaming Zimmer amelie Sticken Pfff 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 외x Z правильно Pfff Es Versuch Was ist denn jetzt los Oh lauter Leichen hier und Knochen cavыми Oh Schau mal Melissa Pff Da Der sweater Titt In echtass mich geschüttelt Der Oh Warte gros ich bin grad live Pissen Die ist oben aber auch Die ist oben auch an, an An der Da Me Richtig widerlesch Das ist ein richtig dicker Brummi, genau wie deine Mami. Weil ja wie du, Alter. Die ist hier, nicht Schatz, die ist oben. Die ist oben, da gibt ja auch noch. Ich habe mich mal angeschossen, aber die ist nicht gestorben. Das ist ein richtig dicker Brummi. Das ist eine coole Melodie, die gefällt mir. Ja man, die haben echt coole Musik rausgesucht. Die Charaktere schielen hier immer. Das heißt, es war. Einfach die ganze Höhle. Die ganze Höhle, halt mit der Musik, Alter. Halil. Halil. Kennst du Halil? Kennst du Armin Akroim? Kannst du? Hä? Was war das? Das war das Dynamit. Und du willst du kommen, seine Gesellschaft? Gib mir deine Mutter mit dem Dick in die Feste, was wirst du tun? Komm mir deine Mutter mit dem Dick in die Feste, was wirst du tun? Was wirst du tun? Ich komme mit deinem Gang, was wirst du tun? Motherfucker, Trank. Aktuell Freestyle. Oh, Performance ist da. Ja, das könnte so sein. Boah. 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 Jank, wusste du, was du wusste, was du wusste, was du nicht wusste. Was ist denn das am Piepsen, Alter? jetzt sind ein bisschen ich leide meine baller mann baller dann auf alle mann bin der beste dabei der mann was für zu tun immer mit hätte ich bin rapper was für zu tun mache keine echo unterdrückung am jabel warum reimt sich am jabel ich erwüge dich mit einem handy kabel warum reimt sich am jabel auf die nutte volle transfer schreibt mir meinen namen auf ihrem tafel ruhe vor dem sturm auch session kann er sei dass es auch so ist leckerli man kommt doch jetzt so voll die du ich darfst du kameras gucken einfach wir gehen das tab hier kommt der gleich angerannt man hört langsam gebüsche habe leider keine leuchtdinger mehr munition ok busch ach so dann warum reimt sich das auf sprich mich doch mal an ich meine natürlich den in der schule die ich damals glaubt habe den patrick ist patrick übrigens der hat der schule hat der auch bademattel getragen oder naja gut der in der schule habe ich voll dem ob dem baster der ist 1 meter 60 oder so dicker macht mir einen auf stecher auf tattoos dicker noch größer als der echte party der labert irgendwas mit loyal sein bruder oder werden in den arsch gefickt hat der solidität stehe ich habe ich will ich sag dir das später mal weil das kann ich habe sogar videos das ist cool das war das war fall 1 gps kannst du gps machen wenn er da brennt oder am brennen ist er redt zurück er redt weg warum haben die das so gemacht das ist ja nicht sein ernst hä was haben die gemacht da ist ja der wixer das ist nicht normal ich lege jetzt die fallen weg das ist nervig ja ja mach mal weg mach dich hier direkt vor uns bitte ne ich will eigentlich dass es sich ein bisschen gedamaged hat durch die fallen und dann in die autobatterie aber die haben es anscheinend irgendwie keine ahnung gefixt oder was also das für eine scheiße da komm ja bin unterwegs achtung gleich tritt auf seine eigene falle ja oha er kommt angeraft ok ich halte die leuchtepistole ready ihr müsst nur sagen noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht feuer 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 ist auf dem boden der war's tot laber doch nicht der ist doch nicht tot oder ah doch jetzt jetzt tps tps geht's nein ne ja komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon edgy pss der pss ist unser name now im jetzt hinterher ja ja halt deine feste kamera wieso wird der mir nicht angezeigt ah doch auf der großen map ja ja wieso ja jetzt ok let's go bei mir wird der nicht angezeigt jetzt ja doch weil er wieder näher ist links runter da ok oh mein gott er hat ihr keinen ausdauer gleich mehr der ist bei dem baum da ne oh mein gott ok also bei dir sieht man echt was er wicke dich mutterfuck bang 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 bada boom bada boom junge wohin rennst du ja da seh ich in den uhren so ja das ist ne ausdauer warte mal ja ohne das gps wäre das ja richtig schlimm ja ich hab mir nen fingernagel gebrochen ha 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 hast du es gehört aaaaaaah domme so ist grad ein minister runter gesprungen alter ach ich hab mir nen fingernagel gebrochen achte er kommt wieder auf uns zu boah er will stress er will stress er will ne ne er hat keine ausdauer oder vor 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 domme hat er ausdauer nicht mehr oder was hat er bisher warte 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 wie ein krieger ah der häng da fest einfach ach soamen joh der kann springen der bastard deswegen ist der so schnell aaah ok hehehe Haben die es neu gemacht? Ich glaube, das konnte er schon immer. Du siehst das halt nicht so oft. Wenn er durchs Wasser geht, ist er geslows. Ja, er geht durch Wasser. Aber da kann man nicht rechtzeitig hin, glaube ich. Wir müssen noch auf seinen Austausch warten. Dann ist er weg. Ja, aber ich glaube, sein Ding wird vorher weg sein. Ja, wahrscheinlich. Ja, ist weg. Wo habe ich her? Okay. Alter, hier ist ein umgekipptes Auto. Links, 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 Domi. Hier, hier. Ah, er will wieder Stress. Jetzt töte den, töte den. Allah, weg, bad. Allah, weg, bad. Töte den. Domi, allah, weg, bad. Allah, ah, 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 ah. Digga, der wird nicht mehr geslows im Wasser. Komm her, komm her. Hä? Er lässt Yassin einfach fallen. Oh mein Gott. 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 Komm her, Yassin. So, jetzt müssen wir ganz kurz einen, drei Minuten Pause machen. Hat einfach Yassin fallen gelassen. I. Ich hab's gesehen, ey. Er stimmt einfach so. Bigfoot wurde gesichtet und vernichtet. Loyalität.